Ich glaube, die entscheidende Frage ist nicht, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht. Die Frage ist nicht, bleibt Angela Merkel Kanzlerin oder nicht, sondern die entscheidende Frage ist, was ist zu tun, damit wir es schaffen. Eine Gesellschaft, die de facto eine Einwanderungsgesellschaft ist, darf sich dieser Tatsache nicht verwehren, weil Verdrängung nur zu destruktiven Ausbrüchen führt, sondern man sollte sich offensiv dem Thema stellen, dass man eine Einwanderungsgesellschaft ist.